Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute, aber mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Wuren tragen, vielleicht sogar ohne zum Mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Sagt da ein gewisser Rotschild. Kaufen Sie sich deren Wein, aber nicht deren Finanzprodukte. Da steht, diese Note ist ein legales Zahlungsmittel für alle privaten und öffentlichen Schulden. Steht da was von Geld? Wissen Sie, was Geld war? Bei den Amerikanern, die übrigens eine der besten Verfassungen der Welt haben. Jetzt müssten die Amerikaner die nur noch kennen und auch einhalten. Das wäre mal eine coole Nummer. In der amerikanischen Verfassung ist das Geld definiert, und zwar der Dollar. Der Dollar ist ein Silberstück mit 412,5 Grain Silber. Das sind ungefähr 26, 27 Gramm. Das ist der amerikanische Dollar. Das hier ist ein Schuldenschein auf den Dollar. Der Emitent ist entscheidend. Hier oben steht Federal Reserve Note. Und hier steht United States Note. Oh, das ist ein ganz kleiner Unterschied. Wie kommt denn das? Wir sind seit 1913 im Federal Reserve System. Das sind die Brüder. Und das ist keine öffentliche Einrichtung, sondern nämlich eine private Institution, die das Geld der Welt druckt. Ja, und die Deckung steht heute auf dem Dollar auf der Rückseite. Können Sie nachlesen. Wir vertrauen auf Gott. Ja, so wie sich die Dinge entwickeln, hilft auch wirklich nur noch Beten. Widmen Sie uns doch mal dem Euro. Da kommt es noch besser. Weil da steht ja gleich gar nichts mehr drauf. Nach den Kriterien der bürgerlichen politischen Ökonomie, und zwar der Liberalen, so die Westerwelle-Definitionen, da füllt dieser Schein nicht mehr die Kriterien einer Banknote. Note hat ja irgendwas mit Notar zu tun. Da muss es Urkunden darüber geben. Eine Urnote, die dann in irgendeiner Weise vervielfältigt wird. Und wenn es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, muss ja auch irgendjemand dafür haften, für den Schein. Das macht hier keiner. Können Sie das erkennen? Auf der Rückseite sind irgendwelche imaginären Brückenkonstruktionen. Wohin führt der Weg da? Und wer ist der Emittent? Da stehen nur noch die Buchstaben. EZB, kann sonst was heißen. Und dann schauen Sie sich mal genau die Unterschrift an. Und hier ist noch eine Note. Das ist der Gulden. Und das, meine Damen und Herren, das ist der Gulden. Und das ist die Unterschrift von Wim Lüsenberg. Die hier rein kopiert wurde. Dadurch existiert zum Euro gar keine Note. Gar keine Urkunde. Deswegen ist es keine Banknote. Dieses hier ist offizielles Falschgeld. Sie dürfen aber Falschgeld nicht kopieren. Warum? Sie machen übrigens keine Geldfälschung. Meine Damen und Herren. Sie haben eine Copyright-Verletzung. Meine Damen und Herren, das war jetzt kein Witz. Das ist unser Geld. Und es funktioniert nur, weil wir es alle akzeptieren. Das ist das ganze Geheimnis. Müssen. Das haben die uns oktroyiert. Und das Geldsystem funktioniert nur, weil wir das zulassen. Denn so geht nicht. Aber das ist ein Geldsystem. Danke. Und das geht nicht. Vielen Dank.